Moin liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Runde Sonic & All-Stars Racing Transformed mit dem Connor. Hallo. Das Spiel ist geiler als jedes Mario Kart. Nintendo kann einpacken. Das meinen wir ernst. Das Spiel ist mega geil. Nintendo hat geklaut. Ah, wen spiel ich denn? Nimm den, wenn hässlich ist. Ich mag die Leute nicht, die haben alle so ein Kackhandling. Nimm den. Weiß ich nicht. Tails. Na der da scheint auch nicht schlecht zu sein. Wo war denn der gerade? Zwei Geschwindigkeit. Drei, äh, vier Beschleunigung dreimal hin. Ah nein, ich nehm Tails, Tails ist cool. Nimm du Tails, ich nehme... Consolen-Kids ist kacke. Man kann hier verschiedene Fahrer wählen und dann verschiedene Kids, die man drauf wählt. Aber ihr seht, das Kit ist kacke. Mega viel Geschwindigkeit, aber kein Handling mehr. Das ist das Wichtigste im Spiel. Ja, das nehme ich. Oh Gott, der sieht ja süß aus. Das ist ein Affe. Und kann ich das Spiel nochmal? Hm? Habe ich vergessen. Was meinst du? Ich weiß nicht, wovon der Affe kommt, aber wir fangen jetzt an. Ja, das Spiel geht es für 10 Euro auf Steam. Ich habe es damit im Humble Bundle. Wir haben ercheatete Spielstände, weil wir keine Lust haben, alles beizuschalten. Ja, das reicht auch. Ich habe leider jetzt nur Lobby-Punkte und Konner 28, weil wir gerade schon aufgenommen hatten. Aber dann hatte ich minimiert und das hat die auch noch einer zerstötet. Hast du gut gemacht? Ja, irgendeiner war ich nicht zerstört. Ich habe ein pinkes Auto. Ah, ihr seht wie langs... Man muss sehen, wie langsam Tails anrollt. Aber der kriegt schon gut Speed. Also der ist unglaublich schön zu steuern. Und Flugpassage, sowas hat Mario Kart nicht. Doch. Aber nicht so schön. Aber nicht so schön. Nicht so schön, haste recht. Ich bin schon 10. Platz, äh. Ah, wir feuern mal eine Fanggestellte Drohne auf dem nächsten Typ ab. Und machen noch einen Stunt in der Luft. Und verballern. Alles. So, ein Turbo kriegt und Drift. Drift ist auch richtig. So, jetzt machen wir den Hot Rod an, fahren noch über drei Turbos in der Zeit und schmeißen den Hot Rod weg, bevor ich dran abkratze. Da ist dann viel geschlagen. Verlangsamt ist ein Einglick? Finde ich gut im Lass. Das sollte man jetzt nicht machen. Nach unten steuern. Oh, sehr gut. Jetzt kann ich ja einen Stunt machen. Wir fahren übrigens da die ganze Zeit über einem Flugzeug... Aua! Flugzeugträger! Aua! Schmeine Knie ist da. Ihr seid krass. Hohoho, danke! Du hast den vor mir weggesabelt. Ja, toll. Ihr habt den Schuhl weggeknüpft. Toll. Ja, sorry übrigens, Connor. Ich musste irgendwas... Ich musste aktivieren. Ich hab den durch meinen Drift nicht mehr gesehen. Wie viel Leid und wie viel Anzeige ich hab. Rollstar ist nur das beste Item in dem Spielmann mit Unverbundbar. Hat mega die kranken Scheißdinger. Und ja. Turbo! Turbo! Turbo aktiviert. Aua! Da eine Rolle nach rechts. Abkriegel ist nochmal ein Turbo-Bonus. Aua! Eieiei, er hat mich abgezogen. Rihanna hat den Rollstar aktiviert. Was? Rihanna hat den Rollstar aktiviert? Was? Soll ich mit? Wait a second! Shadow hat den Allstar aktiviert. Shadow hat den... Alter, dieses Allstar Item gibt's viel zu oft irgendwie. Das ist okay. Eh. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Und zwar acht da war scheiß drauf. Kugelfisch. Uiuiuiui. Scheiße geht's. Allstar! Connor hat den Allstar aktiviert. Connor hat den Allstar aktiviert. Connor kommt ja nicht. Turbo! So. Mega den Über-Turbo aktiviert. Normaler Platzier-Anfänger. Normaler Platzier-Anfänger. Ich würde lieber das Griff-Turbo. Turbo-Platte und dann auch noch das Ding dazu. Ich schlage mich gerade außerordentlich gut, muss ich gestehen. Normalerweise kann ich nicht. Der Prefidien-Bien. Jetzt alle Bieden. Stunt fehlgeschlagen. Ach! Ich würde Trosten ein bisschen runterholen von seinem hohen Schub. Erster Platz. Ralf. Ist das der von Ralf Reicht? Ich weiß es nicht. Ja. Gott. Da kann ich sogar ohne Kinofilm kennt, wie sie irgendwas wissen. Sind die Leute überzogen? Schnell! Ich hab nichts mehr zum Schießen. Das ist schnell. Ja, ich sammle das nicht. So, hab ich ein Hot Rod. Ihr seht, der überhitzt nämlich langsam. Und dann... Ah, scheiße! Alles abschließen! Alles abschließen! Transforming Turbo! Ich werd nicht schlechter als der dritte Platz. Dankeschön. Dritter Platz. Verdammt, war nur Fünfter. War kurzzeitig Erster. Tolle Leistung, dritter Platz. Aber ich hab auch ein pinkes Automobil gehabt. Das ist ja auch schon was. Reingefresst. Ist das anstrengend, dieses Spiel. Die KI fährt absolut gut, muss ich gestehen. Wir spielen aber nur auf Mittel. Es geht auch weiter auch schwieriger. Oh, na. Na, muss ich sich vorstellen. Ich hab damals mal Eingekart gespielt an der Wii. Ich war immer Erster. Immer. Egal wer. Ich hab immer Erster. Ich war nie schlechter als der dritte Platz. Wenn ich mal Karte mag. Oh, ich liebe Tails. Tails ist so knuddelig. Sticker freigeschaltet. Tails hat Tails. Haha. Den Hot Rod Blast im letzten... Cosmic Smash den Hot Rod Blast im letzten Moment aktiviert. Wusste ich. So. Jetzt nehmen wir mal eine andere... Wollen wir mal was ganz anderes spielen? Wir haben ja noch andere Modi. Mhm. Klar. Wir nehmen jetzt mal Arena. Bleibe nach ermitterten Kämpfen als letzter übrig. Alles klar. Ist da auch Handling das Wichtigste? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Was dann? Ich glaube... Keine Ahnung. Ich nehme General Winter. Der hat ein Panzer. Der hat ein Panzer. Das passt am besten zu. Charakterauswahl. In dem Prozenteil. Tails ist mein Allstar. Gut. Dann fangen wir an. Ich habe keine Ahnung wie es funktioniert. Neul. Gibt auch nicht. Erstmal ein bisschen Geld ausgeben. Ja. Und nichts mehr übrig. Ich glaube das ist sowas wie... Dieses... Battle by Mario Kart. Oder... Keine Ahnung. Drei. Zwei. Eins. Los. Ach man hat drei Leben. Man darf irgendwie dreimal nur gekillt. Ach ich habe... Ja. Aber wir spielen nur allein. Oder was? Ah du Sau. Oh. Haha. Ich komme. Und ich bin in die Brütze gefallen. Ein Leben Abzug. Ist der Scheiß so langsam. Hilfe. Aua. Ich habe dich gerammt. Alter. Serious? Nein. Ach komm schon. Aha. Ein Leben abzug, hoffe ich. Mhm. Hat noch eins. Ich bin zwar mal runtergefallen. Ha. 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 Ich bin ja auch mal runtergefallen. Okay. Eins, zwei. Verdammt. Ich bin ja alles. Ich bin ja alles noch da. Juuuuh. Habe ich jetzt hier ein bestimmtes Ziel? Das war was geworden. Müssen wir nur noch warten. Ja, das war ja Quatsch. Das ist lustig. Ja, das ist aber langweilig mit zwei Leuten. Right. Ja, toll. Das ist jeder Punkt. Das ist nicht so toll. Wir haben noch andere Modi. Machen wir noch einen anderen. Wenn der nichts ist, machen wir noch ein Rennen und dann denke ich mal, wird es auch reichen, oder? Wie ist das wurscht, wie wir Lust haben? Wie ist das auch wurscht, das Spiel macht Spaß. Das Spiel ist super. Ach. Ich will nicht noch einen einladen, da habe ich nämlich gar keinen mehr. Charakterauswahl. Ich behalte Tales, man Tales ist geil. Wir machen, fang den Schau. Keine Ahnung, was das bringt, aber... Das ist wahrscheinlich sowas wie Capture Deflector ähnlich. Ich habe den Schau und bring ihn in die Zone zurück. Okay. Nehme ich mal... Heldung ist sowas. Noll. Sonic the Headshot. Aha. Aufspieler waren. Leute, was ist das für eine Kacke? Bereit machen. Ich bin wieder zu zweit. 2, 1, los. Schau, wieder erschienen. Wo ist er denn? Da drüben. Ach, da oben im Korb. Da drüben. Oh, ist das so langsam. Ich bin auch mega langsam, aber ich habe halt Hanfedling. ich habe die daraus geschlupft ja auch bestimmt gar nicht wieder erschienen Wo ist er denn da? Hör doch auf, geh doch mal auf zu sammeln Außenweg Ah, daneben Tails punktet schon wieder Ha Schweinepiste Wo ist er denn jetzt? Den kriege ich nicht Ja, das ist einseitig Ich komme Hör doch Wo fährst du denn hin? Ich hab ihn verfahren Ach so Tails hat gepunktet Schau, wieder erschienen Wo ist er denn jetzt? Aha Okay, hier sind glaube ich die Autos mit Speed besser Bööö Äh, wir kommen nicht um die Kur Äh, wir kommen nicht um die Kur Schau aufgesammelt Was ist das? Ich hab das Ding, wie toll Äh Ist ja langsam Da muss ich überhaupt hin Ich bin super falsch fahren Äh Äh Verdammt Ich bin an der Kante hängen geblieben Jetzt aber Krieg ihn Ich krieg ihn Alter Angels punktet Oh Gott Ciao, wieder erschienen Äh Ich krieg ihn Ich krieg ihn Gehen Nicht Na, 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 Conner Ciao, aufgesammelt Das ist schwierig Ehh Ich kann das so langsam Ja, was fängst du denn weine? Ich hab nur es riecht Ich hab nen Rentauto Das sollte schneller sein Ach, Scheiß drauf Oh, hi Ciao, aufgesammelt Oh Gott Ist gleich die Schmach vorbei Ich Hoffen wir's mal, ne? Äh Ja Tails, Snicker vollgeschaltet Macht's wohl Super gefahren, erster Platz Super gefahren, erster Platz Tails ist einfach der Alter, die Autos waren scheiße Alter, das war so langsam Ja Ja Ich bin dafür Wir machen jetzt noch ein normales Rennen Da sind wenigstens die Gegner Ja, hast du recht Ich glaub, dass du wenigstens besser platziert, ne? Ja Ja Da weiß ich, wir wissen, was auf mich zukommt Na, das glaub ich dir Sticker freigeschaltet Eine perfekte Wertung für ihn Fang den Ciao erreicht Ciao Bella Oh Gott War der schlecht Ciao Bella Ja, Ciao Bella Der war wirklich schlecht Ein schöner, schöner Wortwitzer Sehen wir da wieder rennen Sehen wir Standard Dann nehmen irgendwas, was wir noch nicht hatten Das Sonntagstour Casino-Route Das hört sich gut an Casino sind super Und bei dem Schock nehme ich mal Sonic Mit Handling Sonic ist OP, mein Nein, die sind alle ausgeglichen Nur weil Sonic ist halt der Basic-Charakter ist halt dementsprechend so Da 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 Verschießt mich hier sowieso wieder Ich hätte keine Münzen mehr, ich muss den Safe-State machen Die Münzen sind nicht so wichtig, ich kann sie dir mal wieder freispielen spiel scheiße 3 los aus damit ich an ihm ein aber am abgang hier dann ja nachdem einfach mal nein da haben wir ja Du kannst mich nicht aufhalten. Ach, du kannst nicht. Cheesy-Doodles. Warten jetzt abgeblockt. Alter, was für mich alles. Wie cool. Poker. Was bist du? Ich sagte, wie cool. Poker. Ach so. Jetzt hat mein Typ einfach in die falsche Richtung gedriftet. Auch geil. Ich komme. Äh. 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 Danke. Ja, die wüften manchmal so behindert, die Leute hier. Und das war's. Wow. Wrecking Ralf ist am Anfang, am ersten Abend. Wrecking Ralf? Ja, Ralf reicht's. Mir reicht's mit auch mit Ralf. Ist aber wieder abgeschossen. Atme ihn. Nein, ich will. Das war ne bedrohliche Musik. Aua, aua. Meine Flieger hier. Mist. Ha. Jetzt ist noch alles so gut. Aha, diesmal gewinne ich. Glaub ich. Sei dir nochmal nie allzu sicher. Man weiß nie, was hier passiert. Genauso wie bei Mario Kart. Ja, da kommt irgendwas. Aber es gibt keinen blauen Band, ja doch. Ich hab' den verdient. Ich hab' den verdient. Ich hab' den verdient. Ich hab' den verdient. Hey, weg damit. Was? Warum ist der vor? Aua! Aua! Ich hab' den verdient. Aua! Aua! Der geil war oder was? Ach, scheißen Dreck! Shadow ist vor mir. Alle sind vor mir. Alle sind vor mir. Aua! Hotroll! Aua! 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 Nix da! Aber der ist nicht weg! Geh weg! Geh weg! Voll Glück. Nicht angekommen. Ne, aber ich hab mir einen guten Fortpum auf die anderen gesichert. Das finde ich sehr schön. Aua! Ach, der Tornado, ne? Also schießt, das Ding. Das ist so dreckig. Du machst gerade, weißt du, ein paar Punkte, paar Meter Vorsprung mit dem scheiß Allstar, sonst sind scheiß Tornado angedudelt. Ja, toll. Boah, der Turbo ist ja mal mega krass. Äh! Äh! Nix da! Ja! Ja! Der Erster. Ja, der ist ja super geworden hier. Im Ziel. Ja, das ist ja gut. Nein, machen wir noch, oder? Ja, komm, machen wir mal noch. Ähm. Und ich nehm diesmal auch nicht Sonic. Ich nehm diesmal Sonic, krieg mir auch an, dass die OP der ist. Der ist nicht so OP. Sonic fährt übrigens ins Batmobile. Was? Das sieht fast aus wie das scheiß Batmobile. Wenn es nur schwarz wäre, wäre es noch besser. Was nehmen wir diesmal? Sonic. Hatten wir schon. Ach, dem nehmen wir nochmal der schön ist. Ja. Und ich nehme. Ja. Das ist Hot Wheels Auto. So. Bist du bereit? Für das letzte Match? Ich will mal mal gucken. Turbo gibt mir wenig bei Beschleunigung. Ich muss überlegen. Und ich ein Handling weniger nehmen und dafür noch Geschwindigkeit mehr. Ja. Ausgleichen. Ich nehme auch schon. Ready. Okay. Okay. Los geht's. Ich nehme noch ein bisschen Geld hier aus. Nix mehr. Kai ist auf Arcadia. Weil die einfach hübsch ist, dachte ich mir. Nehmen wir die mal. Ja. Ja. Ich habe einen Quick Start gehabt. Ich auch. Ja. So gut. Hi Connor. Learn to play. Ja. Das schaffst du dich doch. Geh weg! Geh weg! Hab ich da was? 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 Ein Schuss. Toll. Wahnsinn. 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 Kugelfisch. Na, bist dein Scheiß. Hm? Dieser blödsinnige Lini hat mir einen Wirbelsturm an den Arsch geklebt. Den hab ich ausgesammelt. Ich hab ihn zurückgeschossen. Hallo Lico. Feuerwehrwerk. Ich hab irgendwen getroffen. Ich weiß wen ich getroffen habe. Okay. Von der, von der. Ich fahre lieber mit dem Auto anstatt dass ich im Wasser drin tue. Feuerwerk. Auswehr zeichnet. Du bist besiebter? Ach die Scheiße. Hätte doch mit dem Boot fahren sollen. Ich muss grad gegen Gilius kämpfen, alter. Der will dich überholen. Der wixer. Verbiss dich. Äh. Ech. Ha ha. Oh scheiße. Ich kann mit Reifen schweißen. Ha ha ha. Hör mal auf hier. Oh. Boah diese Items, man die OP. Ich war einfach Zweiter. Ech. Ech. Kugelfisch. Ja Frist. Ja auch immer. Pudding ist vorne. Aua. Sieben sind hier. Knuckles erzeugt gewählt die Allstar. Ech. Transform Turbo. Transform Turbo. Hey. Man hat mir meine Brücke verballert. Lois zählt als Toten. Loll. Ich dachte ich mach jetzt hier einen vollen Megamoop. Was ist ich sterbe? Oh ich komm schon. Ja, ich bin siebter und du? Dritter. Ja, ich dachte, ich kann einfach von der Straße ins Wasser runterspringen zu euch. Nein, geht nicht. Du brauchst so ein Tor dafür. So ein Transformator. Ich habe es. Ich halte es ruhig. Ob ich mal. Alles ist hier möglich. Oh je. Hier fließt den Kugelfisch. Ha! Das ist so ein Fick, Alter. Oh mein Gott! Oh Gott, die Hawaii. Sieht, ähm, Alter. Auch das faisCH! im ziel hätte ich gewusst dass man da nicht runterfallen darf das war schön und auch ein Sieg auf dem letzten Drücker ich will erstmal alles maximal so noch einer oder war es das? komm eine Maman noch eine Maman noch aber dann nehmen wir auch wieder ein Rennen weil sonst ist Quatsch wir nehmen ein Spiegel jetzt habe ich mir Tails auch ausgeglichen freigeschaltet ja das liegt an den Leveln gebe ich ein Handling auf für einen Geschwindigkeit ich war gerade gar nicht mal schlechter bin fertig ja kann es losgehen kann losgehen jetzt der letzte ich kann nochmal Geld ausgeben ah verkackt das sieht geil aus BIP das ist von Golden Axe kennt mich schon keine Saul mehr war auf dem Megadrive damals interessant und Headstart gekriegt voll verkackt ach das Ding heißt das All Star Racing Transformed was denn? wie denn? wo? ja es gibt auch noch ein All Star Racing ja das hier ist ja All Star Racing Transformed jetzt weiß ich auch warum es Transformed da ist aber die ganze Zeit uns transformierend? ja ich habe dich überholt über einen neuen Tag ja hat Tails ist doch verschissen langsam das ist leider das Problem bei ihm ja ich kann überall gehen ja toll jetzt muss ich mal in Well die Richtung wechseln das ist ja fair ah nicht aufregen ist nur ein Spur äh scheiß ja das so aber Media äh Mario Kart Media Kart der ungute Spur Media Kart die MediaKraft oder MediaKart was machst du denn da? huch huch du musst da mit den Leuten von MediaKraft Auto fahren oder wenigstens genau ja natürlich eine riesige Streitachse alter vorwünsche äh äh zu hoch oh ja was wollen wir denn noch alles entgegen kommen alter er will wer nicht mehr er hat mir drei Sachen nebeneinander abgekriegt oh Gott ich bin nur ein Maul von einem Dinosaurier geflogen Gott ha ha aus dem Weg ey erster Platz Ich hoffe nicht noch lange. Gerade neunter, ja. Ob ich das noch irgendwie aufgeholt kriege, wirst du vielleicht... Ja, na endlich! Ich gewinne... Oh, ich... ...eine Kugelfisch nach hinten... ...und... ...und... ...was Angry Joe hat sehen... Ja genau, Englijou! Also... See you later! See you later! Letzte Runde! Wow, 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 Wien! Ich bin in allem Wien reingezogen. Ah, der Bein! Ech! Ech! Krieg es hin! Ich werde gewinnen! Wahrscheinlich! Siegter, Sechster, Trobo verpasst. Ich bin dritter? Warum ist es dritter? Warum ist es überhaupt keiner? Ah, anscheinend doch. Nein, ich bin erster. Oh Gott, hier steht die ganzen Stages anders. Das ist vermissig. Das vermisse ich halt in Mario Kart. So was passiert. Wow, 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 wow! Was ist mit dritter? Ich bin überarschend. Big stuff! Acht! 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 So was? So nah dran bist du? Ja! Ja! Oh, Biene! Verdammte Biene! Da war ich! Drei-fach Schrauben! Drei-fach Schrauben! Drei-fach Schrauben! Drei-fach Schrauben! Drei-fach Schrauben! Drei-fach Schrauben! Ich hab die Biene nicht gemacht, weißer! Danke! Ja, ich weiß. Oh Gott, hab ich auch verschissen! Oh Mann, Mann, Mann! Ah, ich glaub das soll's dann aber auch gewesen sein! Danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Tschau!